Ja, wieder herzlich willkommen zu einem neuen Part Mario Party Star Rush. Ich bin's wieder, euer Michtenno. Wir sind hier mitten beim Bowser's Kampf, weil wir in den letzten Zeiten gebären haben, dass wir hier gewinnen mussten. Man, bin ich dumm. Was? Lülle. Als ob. Was zum Geier. Sterne gewonnen! Ey, nicht im Ernst. Das ist so ein Dreckskerl, echt. Du mieser, fieser, dumm Kopf. Ey, geil, jetzt hab ich schon wieder verloren. Mein Wunsch wäre aber wenigstens noch Zweiter werden. Also meine Ergebnisse müssen mindestens Erster und Zweiter werden, weil Dritter und Vierter lohnt sich nicht. Dann hab ich den Part ja wieder ganz umsonst gemacht. Einzelgänger. Ja, der Gelbe. Ich auch? What the hell? Wer hat die meisten Minispiele gewonnen? Ja, ich. Mit dem Blau. Es war aber ungünstig für Team. Schlaf mit zum Bonus. Da ist die wenigsten Vögel gelaufen hier. Der Gelbe. Jo, der Gelbe, ne? Der Glückspartner ist... Yoshi! Das, was er beim Betrug ist. Wer siehst du? Siehst du wohl... Wie viele Lichter kann ich mir durch hier holen? Sechs. Und der hat jetzt bestimmt dann, ähm, zehn oder elf oder so. Also, der Blaue hat auf jeden Fall gewonnen. Aber das muss doch sein. Er hat sich nämlich sehr gut geschlagen. Guck mal, Leute, wie viele Sterne der hat. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf, zwölf, dreizehn Sterne. Oh mein Gott. Na gut, dritter ist auch noch okay. Aber wenn ich vierter wäre, dann ist es nicht okay. Dann müsste ich nämlich die ganzen Videos nochmal von neu machen. Okay, aber ich bin trotzdem zufrieden damit. Bis dennne.